So, weiter geht's. Es läuft. Mischt euch bloß nicht ein, Rainbow. Logan, ich habe das Signal nachverfolgt. Sie sind über dir. Scheiße. Ihre GPS-Sender sind gerade offline gegangen. Bin dran. So, sind wir fertig mit Ihrem Video hier, mit Ihrer Spielerei? Haben Sie den Kahn oder ein Ding von Gabriel angeschossen? Weil wer die Ratte ist, wissen wir ja nicht mittlerweile. Oh, ich glaube, ich sollte hier vielleicht mal ein bisschen aufpassen, falls hier irgendwelche Dremel rumlaufen. Oh, scheiße. Die haben jetzt heute auch ein bisschen den Arsch weggesprengt. Drüher gesagt, nur im Kopf. Das sieht nicht so aus, als ob da einer rummatzen will. Oder? Oder? Und wie schaut's hier aus? Was war das denn jetzt hier vorn? Da, links hat die... Ach, hör da auf. Och, na sorge mal. Was ist denn jetzt los auf einmal mit mir? Ich darf ein bisschen mehr Zielwasser. Genau, trinken wir einen Kaffee. So. Erst mal ein Schluck Zielwasser. Und auch, wie muss ich so wenig Kaffee da dran gemacht haben. Das Zell speckt wie Zuckerwasser. So, was hat denn hier vor Bumsen? Das ist doch schon mal... Nicht schlecht. Okay. Na ja. Äh, hm, 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 hm. Sagst du hier vor eine Bumme? Oh, die gefällt mir besser. Das ist natürlich auch ne feine Sache. Da tauschen wir gegen diese blöde Schrotflinte aus. Ja. So, was hat denn immer noch nicht frei? Was hast denn du gehabt? Ach, so eine verblätete AK. Das ist ja, der noch geladen ist. Ja, das müssen wir jetzt hier reinmachen. Und meine Lieblingsbewaffnung. Wo ist hier jemand? Der nicht erschießen kann. Darf, soll, muss, will. Tür auf. Schreit da irgendjemand rum? Ne, schade. Wiederkehren wir da. Blöd gelaufen. Sie sind nicht hier. Wo sind sie hin? Ich weiß es nicht. Ohne GPS-Signal kann ich sie nicht finden. Wir kommen rein. Aber du musst die Abholzone säubern. Wir verfolgen alle abfahrenden Fahrzeuge. Joe out. Abholzone säubern. Na so, was mache ich doch am liebsten. Äh. Irgendwie kommt mir das hier verdächtig vor. Und irgendjemand? Irgendwie kommt mir das hier, ja nicht verdächtig, wo auch irgendwie kann. Gucken wir mal. Uh. Wie sieht es hier aus? Irgendwelche Träme. Moment. Da geht es nicht lang. Da geht es nicht lang. Was? Hier muss jemand sein. Hey, Dios. Oh. Hey, Blöck. Ein Spitz-Tuch oder was? Noch einer. Nachladen hier. Oh, Scheiße. Da. Blöck. Da kann aber nicht wahr sein. Noch rein. Hey, Elba kann Meckel. Vielleicht befällig stehen. Dann hüpft er nicht hin und her. Oh, wo ist der? Na komm, fag dich. Irgendjemand einen Grund. noch noch mal da hat noch nicht der will noch mal der hat noch nicht er konnte ich mir versteckte ich Ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ah, das ist ein Schreiner. Ah, komm hier vor. Ah, komm hier vor. Ah ja. Nimm dir eine Kanone, damit du da umgehen kannst. Du Kornickel, du Blaber. Lass uns mal hier reingucken, weil ich noch so umstrengt. Hm. So richtig Lust haben sie sich nicht aufschießen zu lassen, wie sie aussieht. So traurig aus euren Löchern. Was ist denn du hier? Ach, warten wir. G3? Hatten wir nicht auf dem Grunde G3? Ne, da würde ich aber auch die hier. Ah, wusste ich doch, wir hatten noch eine G3. Ja, die hat ja wenigstens ein Zielfernrohr. Und aufladen wir noch ein bisschen. So, halt, ich bin der Herr. Äh, hier ist aber ein. Kornickel, Kornickel, wo bist du? Ihr seid nur für feiges Pack hier. Bezahlt euch eure komische Schnecke nicht genug, oder was? Dass ihr keine Lust habt. So, ich muss mich hier runterlassen. Äh, wo ist eine Abseitsstelle, oder sowas? Das war mal. Ach, Treppe. Treppe ist immer gut. So. 62 Meter nach Fort. Fortschritt wird gespeichert. Äh, hier lang, oder hier lang? Ah, Tür. Eine Tür ist hier. Uh, sehe ich euch. Kommt, mach die Tür aus. Uff, hier, damn leck. Karajo. Okay, bissl, ne? Oh, was ist das mit Karajo? Mit Karajo eine vorte Lichter gekriegt. Oh, ich guck mal durch. Ja, alles Karajo. Ja, komm mal auf. Ja, komm mal auf. Ach doch, das ist doch auch kleiner. Oh, die ziehe ich nicht. Wo sind die Träume? Zwei, wenn ich mich nicht täusche. Ach, ne, ganzer Arschfell. Okay. Fröhliches Kaninchen schießen. Wo ist der Nächste? Hier hinten noch irgendwo einer. Genau, da hinten ist noch einer irgendwo. Dann zeig ich die Fuhre. So. Wie gesagt, dass du mit der Gäder oben schießt, der Fuhre. Wo ist denn da? Hm, da spielt das Runde ein. Guck. Oh, das muss ich noch mal freuen. Oh. Oh. Oh, jetzt. Oh, ho, ho. Mich haben sie auch nicht. Ja. Muss ja auch mal sein, ja. Muss ja auch mal sein. So, wo du sitzt. Also. Das MG ist kacke. Und jetzt find's auch kacke. Ja. Bingo. Gelder nicht, da hat doch kein Problem mehr. Ja, wir sind gerade hier rechts vor. Tür auf. Okay, aufs gut dann ich. So. Aufs gut dann ich. So. Wo ist? Hä? Was tun wir hier auf? Das war ein großer Fehler. Hat er, hat er die Ballette beiseite geschossen. So, wo ist der Drecksvogel hier oben? Warten mal, da kann man ja auch mal noch hin zu nehmen. Das ist die Spielerei. Mistvogel. Mistvogel. Das klappt nur eh mal, du solchen Vogel. Was? Wer? Wo? Ach, zeigt mir doch mal, wo ihr seid. Ach, da hinten hängt einer, da hängt einer. Na gut. Auf zum Frühjahr, wir haben Karnis. Schießen, auf. Erstmal gucken, wo ist. So richtig stehe ich ihn nämlich gar nicht. Oh, warte mal. Können wir doch mal diese Scharfschützen wieder ausprobieren? Ist das das Ding? Ne, was ist das hier jetzt? Ne, das ist doch die Scharfschützenflinte, oder? Ah ja. Wo ist er denn? Hallo. Ich schließe mal, ich will sie stehen. Na, was ist denn das von der Sitte? Komm, wo bist du? Oh, hier bist du. Nochmal? Wenn jetzt nicht, okay? Mach's gut, dann ich. Kuckuck. Kuckuck. Ich brauche nur noch einen Arschentwurf. Na, gehen wir mal hier rauf. Was? Wo kommt das jetzt her? Wo kommt das jetzt her? Ja, ist ein Dämon da rumatzen? Ne, hab ich aber gerade noch einer. Hat doch gerade ja noch geschossen hier. Kann man hier wieder einen die Mütze wegschießen? Das ist doch mal ganz lustig. Was? Was? Das klappt runter. Boah, haben wir halt so engen die Vögel. Was? 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 Ah, jetzt ja. Dieser blöde Lappen hängt da vorne. Was ist denn mit durchdorf? So. Wie bist du? Komm, lass mich doch mal hier ein bisschen ran. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Na, das war aber zu viel unhöflich. Jetzt so was dir gemacht hat, mein Freund. Ach man, kann die euch nicht mal ordentlich zeigen, hier und so. Bist du, du Fuchel. Da steckt sie euch. Das kommt gleich runter. Dann gibt es auch ganz groß mit der Kelle. Okay, ihr wollt uns nicht anders. Also jetzt komme ich runter. Jetzt gibt es mit der großen Kelle. So. Ach, das ist jetzt so schön da, hä? Den verbrettern wir eine. So. Ja, schön aus Auge. Guck mal was da sonst. Hätt sie nicht zwinkern dürfen. Hätt sie vielleicht gesehen. Nein. Da waren wir hier hinten. Batsch da auch noch irgendwo rum, hä? Oder zwei, oder drei, oder fünf, oder nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel. Na, ich geh mal hier lang. Es erscheint mir irgendwie... jemand? Ne. Was hat denn da jetzt geschossen? Was hat denn da jetzt geschossen? Was hat denn hier? Was hat denn hier? Das hat ja klein gehauen. Wie sauer. Was hat denn hier? Na ja, MP5. Ja klar. Die Autotür schneiden wie Sau, gell? Könnte man eigentlich gegen dieses verkackte Schärfschützengewehr eintauschen. Oder ich behalte das Schärfschützengewehr und nehmt die MP5. Aber die kann man nicht mit... Die ist wirklich egal. Äh... So. Und der MP5. Vielleicht stellen wir ja auch mal auf, wie wir noch mal eine Kiste hier. Das Gebiet ist gesäubert. Wir kommen rein. So. Äh... Ich schätze mal, wenn wir hier abgeflogen sind. Steig ein. So, ja. Wir bleiben noch ganz früh schnell. So. Äh... Bevor ich einsteige, beende ich den Pferd erstmal hier. Und sag dann mal Tschöneck. Bis zum nächsten Pferd. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.